Wie der Kaminkehrermeister von nebenan fährt auch die Mutter eine BMW Isetta, mit der sie ihre Besorgungen macht. Da hinein. Was? Da rein? Tatsächlich, die reinste motorisierte Einkaufstasche. Und am Wochenende ins Grüne. Bequem, billig im Betrieb und leicht zu parken, ist die Isetta mit dem Gütezeichen BMW. Und 881 Teile, knapp 40 Euro, also 39,95 Euro, 4,5 Cent. Unten steht der Affiliate-Link. Ich freue mich, wenn ihr ihn nutzt. Vielen Dank dafür. Ein paar Tunis. Danke, danke. So, Blue Brick Special bedeutet, brauner Karton, in diesem Fall auch keine Bauabschnitte. Manchmal gibt es ja mittlerweile welche mit Bauabschnitten. In diesem Fall nicht. Nur PDF-Anleitung, keine Print-Anleitung, keine Sticker. Wenn, muss man Sticker extra besorgen oder beim Achim anschreiben auf dem Dogecord. Und der wird bestimmt auch wieder Sticker zu dem machen. So, wir haben eine BMW Isetta vor uns. Ja, ist jetzt an sich keinem Film zuzuordnen. Denn viele dieser Autos sind ja einem Film zuzuordnen. Wenn das hier vorne weiß wäre, könnte man sagen, es ist die von Steve Oerkel. Aus Alle unter einem Dach. Vielleicht kennt das noch jemand. Und natürlich in ganz vielen Heinz-Erhard-Filmen und so weiter fährt dieses Ding in den 60er Jahren durch die Gegend. Schauen wir es uns an. Erstmal ausmessen. Schachtel haben wir, glaube ich, somit abgearbeitet. Das Ding ist 22,5 cm lang, ist 13 cm hoch, Tiefe brauchen wir noch und 12,5 cm breit. Da ist das Ding. Fertig. Spaß. Ja, schauen wir mal an. Bei mir wackelt es, ich habe hier, hier braucht man zwei mit Loch und ich habe irgendwo innen schon eins mit Loch verbaut. Deswegen wackelt bei mir das Nummernschild. Es bleiben ein paar wenige Teile übrig, zum Beispiel zweimal, einmal vierer Teils, weil man kann die Nummernschilder auch in schwarz machen. Ich glaube, Frankreich würde schwarz haben, oder? Ich weiß gar nicht. So, hier, ja, die Front, finde ich, passt. Leider fehlt hier eine Scheibe, aber es ist wahrscheinlich schwer umsetzbar, wenn man nicht ein neues Formteil braucht. Hier oben haben wir ein Loch, denn es gibt die Version mit offenem Dach und die Version mit geschlossenem Dach. Können wir uns gleich mal noch angucken. Dann haben wir Räder, die sich jetzt nach einem Umbau auch auf beiden Seiten drehen. Da sage ich gleich noch was zu. Und hier finde ich es ein bisschen schade, aber das ist halt von den Steinen so, dass es hier matt wird und sonst ist alles glänzend, aber lässt sich einfach, ja, die Steine gibt es einfach nur in matt und dann hätte man es anders bauen müssen. Und dann wäre die Rundung vielleicht ein bisschen sehr rund geworden, wenn man es mit diesen, ja, die, die man unten hat, macht. So, wir haben flat Silber, Radtappen, von unten sieht das ganze Ding so aus. Schön aufgeräumt, alles schön in grau. So, hinten haben wir einen Koffer drauf und die zwei engen Räder. So, rum geht es weiter, glaube ich. Genau, hier haben wir ein Schwungrad, denn das Auto hatte ein Schwungrad. Das wäre natürlich noch mega gewesen, wenn sich das auch mitdreht. Aber es ist eben kein Technik-Set, sondern ein Display-Set. Aber das wäre irgendwie toll gewesen, wenn sich das Schwungrad auch noch mitdreht. Genau, ansonsten die ikonischen, jetzt ist mir da mal nur mal ein Schritt, die typischen dicken, fetten Lampen. So, jetzt schalte ich mal schnell um, weil dann hoffe ich euch, genau, so. Man hat hier oben, wie gesagt, das kann man einfach rausnehmen. Einfach ist relativ, man kann es rausnehmen. So, einmal das hier und dann kann man eben das hier einsetzen. Und das geht tatsächlich Kante auf Kante. Und dann ist er gut dazu. Meine Dapper, eigentlich die Fliesen, typische Mikrokratzer, aber sie glänzen, also besonders die weißen und die roten glänzen sehr gut. Die schwarzen haben, ihr seht, Mikrokratzer, ein bisschen stumpf. Transparente Scheiben waren bei mir alle okay, keine Probleme. Das sind eher meine Dapper. Genau, also das, was ihr hier seht, sind eher meine Dapper vom Bauen. Auch die braunen Fliesen, ganz leichte Farbabweichung, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber hält sich in Grenzen. Beim Rot tatsächlich sehr wenig Farbabweichung. Klar, Matt und Glanz, aber passt. So, dann haben wir hier vorne die Möglichkeit, und das ist echt filigran, sage ich jetzt mal, hier aufzumachen und dann sieht man das jetzt, dreht sich da so das Lenkrad mit raus. Aber man muss wirklich hier auf die A-Säule gegendrücken, weil sonst macht es klack und das Ding geht mit raus. So, dann haben wir hier Gangschaltung, unten die Pedale, schöne Sitze, wie ich finde, sehr passend. Auf der Seite noch einen Griff zum Festhalten und oben haben wir noch einen Rückspiegel. Irgendwas fällt bei mir immer ab. Und genau, hier vorne noch die Tür. Irgendwas scheint da bei mir abgefallen zu sein, denn diese zwei schwarzen Noppen, da gehört auch noch irgendwas drauf. Ich weiß gerade aber nicht, was ich da vergessen habe. Wahrscheinlich müsste ich in der Anleitung gucken. Da gehört noch irgendwas hin. So, jetzt versuche ich das wieder zuzumachen und wie gesagt, ich drücke hier dagegen, weil sonst macht es klack. Denn, ah, da hebelt es sich schon. Das ist tatsächlich, bis man da dieses Gelenk überwunden hat, durchaus tricky. Wer hat es von euch und habt ihr das auch? Habe ich mich da verbaut oder ist es auch bei euch so, dass wenn man hier zumacht, sich eigentlich das hier ständig, also hier dann raushebelt oder hier oben und man da ein bisschen gegen drücken muss. Es ist natürlich toll, dass es geht. Das ist schon mal das Erste. So, dann hier auf der Seite kann man nichts aufmachen, außer dass man den Rückspiegel rausreißen kann. So, und hier hinten können wir noch dieses ganze Ding hier abnehmen einfach. Und dann haben wir da tatsächlich einen schön detaillierten Motor, noch mit Reserverad. Und, ja, und irgendwo da in diesem Motor habe ich meinen 1x1 Round mit Hole verbaut. So, genau. Da, wie gesagt, das Schwungrad ist so auf der Seite hier. Sieht man es gerade irgendwo. So, das geht dann über in den Motor hier rein. Und alles ist gut. Ja, von hinten zwei kleine Lämpchen, alles gut. Hier haben wir noch einen Brick-Build-Koffer, der leer ist. Und das kann man dann hier wieder so rein tütteln. So, dann ist es so, diese Stoßstange hier hinten. Da habe ich... Normalerweise gehört die laut Bauplan direkt da drauf. Was dazu führt, dass die Reifen sich nicht wirklich sauber drehen. Die hacken dann. Das kann man relativ leicht fixen, ohne dass es Probleme ist. Bei mir sind zwei solche Teile übrig geblieben. Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwo vergessen habe oder nicht. Die habe ich jetzt da drauf gesetzt. Ansonsten halt irgendeinen anderen 1x4er Grau oder so. Und wenn man das drauf setzt, dann... Tut das. Liebe Brubix, sollte das ein Fehler im Bauplan sein und die Teile tatsächlich übrig bleiben. Einfach im Bauplan ändern, bitte. Wäre schön. Genau, das ist die Isetta. Oder der klassische Kabinenwagen. Und... Was würde ich sagen? Ich habe Spaß gehabt beim Bauen hier vorne. Sowohl vorne als auch hinten, das sind spannende Bautechniken, wie sie das umtütteln. Also wie sie da die Winkel hinbekommen. Aber das ist schon auch filigran. Also ich habe so beim Bauen ein bisschen überlegt, wie ich vor zwei Jahren auf dieses Modell reagiert hätte, als ich so mit den Alternativen angefangen habe. Und habe gemerkt, dass ich schon um einiges härter im Nehmen bin als früher. Weil das hätte mich stellenweise früher, glaube ich, zur Weißglut gebracht, vor zwei Jahren. Und heute atmet man durch und baut es nochmal und akzeptiert, dass es eben ein bisschen Luft dazwischen gibt. Oder mal was... Ja, es sind halt teilweise illegale Bautechniken oder Techniken, die tricky sind. Man bekommt es hin, wenn man jetzt der Superanfänger ist. Vielleicht ein anderes holen, den blauen Pickup. Der ist zum Beispiel super leicht zu bauen. Der lässt sich auch gut bauen, aber es ist einfach, wenn man jetzt aus der Lego-Welt kommt, schon ein bisschen herausfordernder. Auch die Anleitung, da ist halt irgendwas dann fertig gebaut. Und es gibt drei Möglichkeiten, wie man die Steine zusammenstecken kann, damit das rauskommt. Die drei muss man halt entweder probieren oder man erkennt es gleich. Und dann kommt man da auch ohne Probleme zum Ergebnis. Aber für alle, die rein aus der Lego-Welt kommen, würde ich sagen, macht euch gefasst auf ein bisschen herausforderndes Bauen. Aber es geht und es funktioniert und die Steine klemmen alle super. Überhaupt kein Problem gehabt. Und macht Spaß. Genau, Steinequalität super. Farbabweichungen ganz, ganz wenig. Bei einem braunen bisschen rot eigentlich gar nicht. Grau hatte ich auch keine. Beim weiß auch nicht. Passt. Das Design, finde ich, ist die Isetta. Ich finde, man erkennt das. Ich hätte es irgendwie tatsächlich cooler gefunden, wenn hier noch die Version mit, ja, das unten noch ein bisschen weiß gewesen wäre, weil sie öfter so vorkommt als jetzt in der Lackierung. Was hat mir nicht so gut gefallen, dass es keine Frontscheibe gibt, finde ich immer schade. Aber ich weiß, dann müssten sie wahrscheinlich, wenn man keine selber produzieren kann oder eine extra Mold, dafür muss man auf das zurückgreifen, was da ist. Und das wäre hier schwierig gewesen. Die Tür vorne öffnen, finde ich eigentlich cool, dass es geht. Aber es ist, wie gesagt, durchaus filigran zu behandeln. Und dass die Reifen hinten schleifen, ist einfach echt eine banale Sache, die man schnell fixen kann. Aber schade, dass es halt nicht von Haus aus so ist. Im Zweifel ist es wirklich ein kleiner Bauplanfehler. Und sonst habe ich Spaß gehabt mit dem Ding. Toll wäre natürlich, wie immer noch, wenn die Lenkung auch funktionieren würde. Aber es ist kein Technikset. Wenn sich das Schwungrad mitdrehen würde, wäre noch super geil. Und wenn es eine Frontscheibe hätte, wäre auch schön. So, zum Vergleich mal noch, Größenverhältnis. Hier haben wir die Ente von Blue Bricks. Die sehen nebeneinander so aus. Und da habe ich das Gefühl, dass die Esetta dann fast ein bisschen groß wirkt im Vergleich zur Ente. Es sind immer 1 zu 14 Modelle, aber klar, die Noppen lassen das Spiel in der Größe dann trotzdem in diesem Format. Aber es sieht doch schön aus nebeneinander, oder? Wie findet ihr es? Ist jetzt übrigens im Juli erschienen. Gibt es auch noch im Blue Bricks Online Store. Ist nicht ausverkauft. Kann man sich noch besorgen. Wie gesagt, Link unten. Und hat Spaß gemacht. Das war der Donnergurgler für heute. Ich freue mich über eure Kommentare. Schaut unten rein. Hier kommen jetzt gleich noch ein paar Video-Vorschläge zu anderen Autos oder Fahrzeugen. Lasst euch gut gehen. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.